Moin Leute, leider ist im letzten Video blöderweise mal wieder mein Headset kaputt gegangen und ja, deswegen musste ich das Video leider einmal abbrechen. Naja, auf jeden Fall, ich hab's wieder heil bekommen und deswegen jetzt nochmal die Fortsetzung. Naja, hier unsere andere Junior Achterbahn und diese Junior Achterbahn, funktioniert die jetzt? Ne, leider immer noch nicht. Ähm, was war das? Latterikale Gekräfte? Äh, ha. Hm, sagen wir so, vielleicht ist die Entscheidung doch noch nicht gefallen. Ich würd sagen, wir nehmen jetzt hier doch eine vorgefertigte. Und zwar hab ich da eine ganz spezielle Idee. Nein, die war's nicht. War die hier drunter sonst die Gestalt? Ja, ist der Coaster King. Hallo? Spiel? Hä? Hallo? Spiel! 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 Die Coaster King! Hallo? Äh! Ach so, ich muss die erst drunter laden. Mh, das ist natürlich sehr ärgerlich. Hier, gucken wir uns mal dich hier an. Hallo? Wollt ihr das? Gucken wir auch mal bei alle. Entweder wir nehmen die hier. Hallo? Wo ich auch früher wäre, die können wir nämlich hier hinten so reinwappen. Die ist ja nicht groß. Hä? Och, nö. So. Neuer Versuch. So. 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 Das könnte eng werden. Dann muss ich etwas Terraforming hier betreiben. Äh, geht das hier? Das ging doch irgendwo... Äh, hier, Terrain. Oder frag mich nicht, wie man das ausspricht. Glätten, exakt. Und dann hoffe ich mal, dass wir jetzt hier einen Weg durchkriegen. Äh, Breite 4. Natürlich nicht. Dann muss ich den Weg hier einmal wegreißen. Dann warte ich lang, den Weg hier wieder einfügen. So bauen. Und dann werden wir den Weg hier einmal schnell zu Ende bauen. So. Das Land ist natürlich immer wieder zu uneben für den Weg. Äh, äh... Dann werden wir es so versuchen. Und den Weg... So werden wir es anders machen. Und so werden wir hier hinten durch. Äh, hier liegt noch ein altes Stück Weg. Äh, das so. Das damit verbinden. Dann den einmal hoch. Dann funktioniert natürlich mal wieder nicht. Hallo, kann man den Weg hier nicht flach bauen? Mh, nein. Kann man leider nicht. Ich werde euch in der nächsten Folge zeigen, was draus geworden ist. Bis dahin. Na, wovon bisschen scheiße. Ich werde euch mal den Weg hier einmal zu Ende bauen. Und so wahrscheinlich. Und ja, das Ganze funktioniert mal wieder nicht. Und dann werde ich den hier einmal hier hoch. Geradeaus. Mit einer Treppe hier hinten wieder runter. Was mache ich denn hier jetzt? Hier hinten rum. Und hier vorne ran. Naja, gut. Bis dahin. Das war's. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Und wir sehen uns bald wieder zum nächsten Clip, wo wir diese Wahn testen werden. Also freut euch drauf. Und denkt dran. Lasst gerne ein Like, ein Abo da. Wenn wir in der nächsten Folge eine neue Achterbahn bauen, die hier testen. Und noch vieles mehr. Ich werde hier hinten schon einmal den Weganschluss legen. Check. Naja, gut. Also, wir sehen uns. Und wie gesagt, ab 10 Abonnenten machen wir neue Videos. Also, schaltet gerne ein. Ja. Wie gesagt, lasst gerne Daumen und Abo da. Und wir würden uns sehr freuen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao!